Hallo und willkommen zurück zu NBA 2K17, der Auftakt. Schön, dass du wieder reinschaust. Nach unserem Auftaktmatch und der ersten Highlightshow geht es jetzt weiter in der Karriere. Und zwar mit, daheim ist doch am besten. Ein Monat später, 4.11.2015. Du hast schon früher für diese Fans gespielt, aber heute ist etwas anders. Es gibt kein Reden, kein Konfetti, es gibt nur zwei Teams, die sich um einen Sieg streiten. Dieses Spiel zählt. Und welcher Gedanke mir jetzt gerade kommt, dass man eventuell bloß diese fünf Events, die wir jetzt hier gerade sehen, als Auftakt zocken könnte. Deswegen, ich werde jedes Event so genießen. Es ist zwar nur eine Woche, bis dann NBA 2K17 wirklich rauskommt, der Early Tip-Off, dennoch. Und die, boah, der Anfang war einfach so bombastisch. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Alleine mit der Mucke, mit der Inszenierung. Alles von vorne bis hinten. Einfach nur Wahnsinn. Reingeht's in unser erstes Match. Und auch das haben sie geändert. Es gibt jetzt im College schon die richtige Bewertung. Punkte, Assists, Rebounds und auch unser Rating, was jetzt momentan natürlich bei C steht. Dann wollen wir Gas geben. Cunningham. Lewis. Und unser erstes Deal. Schöner Pass. Carl Duran. Spiel den wir rein. Ich probier's. Fällt nicht. Macht nichts. Gleich zurück. Lawson. Dadurch, dass wir jetzt natürlich ein Point Guard sind. Klar, dass wir immer vorne mit dabei sind. Das wäre... Boah, der wäre sehr deep gelesen, wenn er den genommen hätte. Wenn ich diese eine Sekunde nicht zögere, dann kann ich den wegblocken. Dann kann ich den wegblocken. Und da kommt der erste Zuckerpass vom Max. Max. Ah, der Name, der ist schon geil. Da werde ich natürlich auch drauf achten, dass wir als Point Guard immer schön unsere Spieler einsetzen. Nächster Stil, sehr schön. Spiel ihn raus. Zweiter geht daneben. Gaines mit dem... Rebound, Second Chance. And one. Sehr schönes Ding. Ah, die Kameraführung, die ist glücklich gewählt mit dem Stab in der Mitte. Konzentration. And one. Also, weil ich das auch ganz oft gefragt wurde. Welche Kamera spiele ich? Ich spiele 2K. Dieses Jahr zumindest. Komm, den habe ich. Rebound. Und gleich nach vorne. Zünden. Terry. Spielt ihn zurück. Und er geht wieder nicht rein. Okay. Dann muss ich mein Spiel ein bisschen umstellen. Wenn der Wurf jetzt nicht fallen mag, am Anfang. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass unsere Wertung noch relativ gering ist. Und wir wollen hier ja keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Also. Der geht nicht. Hab ich. Terry spielt ihn raus. Nochmal. Gaines ist mal richtig stark. Krass. Aber natürlich auch im Schrank, ne? Der ist auf jeden Fall circa 2.10 groß, würde ich jetzt mal schätzen. Die Situation müssen wir schnell zu machen. Raus. Gaines. Terry. Ich hinterlaufe. Ah. Ich traue mich gerade eben nicht mehr, einen Dreier zu nehmen, nachdem das jetzt zweimal nicht geklappt hat. Jetzt muss ihn einer nehmen. Kriege ich nicht mehr. Ja gut, da war Calderon. Aber auch nicht gerade in der optimalen Position. Geht's. Null Punkte in den letzten... Ja, fast drei Minuten, ne? Calderon. Es will keiner reinfallen. Es will keiner reinfallen. Was ist denn da gerade los? Ganz ruhig bleiben, trotz allem. Das läuft gerade eben gar nicht für uns. Ballverlust. Turnover. Cunningham. Der darf nicht gehen. Das ist bis jetzt nicht unser Spiel. Bis jetzt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Raus zu Calderon. Nochmal. Ja, aber ich will ihn nicht nehmen. Schönes Ding. Nice, nice, nice. Und damit schenkt er uns einen Assist und bringt uns wieder deutlich in Führung. 10 zu 6. Aber unser Wurf fällt nicht. Auszeit. Tut uns vielleicht ganz gut. Ich meine, so war es kein schlechtes Spiel. Gut gereboundet. Ein paar Assists verteilt. Aber der Wurf, der wollte halt einfach nicht rein von uns. Reingeht's ins zweite Viertel. Vielleicht mal so'n Dank oder so. Wäre ja auch mal schön. Calderon. Na, komplett raus. Rüber zu Terry. Jetzt nimmt ihn Gaines ganz rotzbrech. Na, das kann nichts werden. Rossen. Geht nicht. Alabaster holt sich den Rebound hinterlaufen. Mal kurz angefakt. Ich wusste erst mal schon, ob das auch dieses Jahr wieder so geht. Ich probier's jetzt einfach nochmal, weil... Ne, probier ich nicht. Raus. Ah, Terry, warum drehst du dich nicht um und nimmst den? Das ist unfassbar, ne? Aber gut, Fade muss natürlich auch aufgelevelt sein, damit er einigermaßen gut droppt. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht der günstigste Wurf, den ich momentan nehmen kann. Dranbleiben. Ja, haben wir. 14 zu 8. So, jetzt komm schon. Krieg ich nicht. Da hätte Gaines einfach nochmal spielen müssen. Dann wären das meine ersten sicheren Punkte gewesen. Glück, dass der nicht reinfällt. Dann lasse ich mich das Green stellen und ziehe das erste Foul. Dass bis jetzt keine Performance mit der ich zufrieden bin. Ich hoffe, wir können da noch Gas geben. Und vor allen Dingen mal punkten. Der ist doch perfekt, oder? Ja, wohl, Mann. Endlich. Jetzt langsam muss ich mich zusammenreißen, weil sonst bin ich echt unzufrieden, ey. Auch da, wie der nicht gut verteidigt. Komm, mach ihn rein. Ah, will er nicht. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Jawoll, der Nächste. Geht doch. Sieht das doch gleich ganz anders aus. Sechs Punkte, zwei Rebounds. Zwei Assists. Und somit 50% von der Dreierlinie. Jetzt noch ein paar schöne Pässe. Ein paar ganz normale Jumper. Und da bin ich zufrieden damit. Unsere Wertung zeigt ja, dass wir nicht schlecht spielen. A-. Sonst würde die anders aussehen. Wir decken zu. Wir decken den Point Guard zu. Jetzt ist überhaupt keine Bewegung im Spiel. Jetzt muss ich nur dranbleiben, dann... Der geht nicht. Jenkins. Jenkins. Ah, das wäre die Chance gewesen. Das hat er mich jetzt gewundert. Roberts. Auch ein Baum. Landry. Spielt ihn rein. Hollands. Ja, der fällt. Ja, schöner Pass. Jenkins. Nein, jetzt sieht er den echt. Aber ich musste es riskieren. Alles andere wäre... Ja, dumm gewesen. Nee, nee, nee. Ach, komm schon. Was war das denn? Komplett gestruggelt. 20 zu 14. Also wir sind hier noch nicht durch. Spielt ihn mal weiter. Jetzt spiel ihn. Dann stelle ich mal ein Screen. Ja. Ich werde ihn jetzt reinspielen. Nee, ich spiel ihn raus. Jawohl. Einmal einen kurzen Atem anhalten, weil... Dass der reingeht, konnte man jetzt nicht erwarten. Lewis. Na, ich muss draußen bleiben. Nicht, dass der Kick-Out-Pass kommt. Genau. Das meinte ich. Alter, was? Ey, ich hab einmal kurz nach rechts gedrückt und plötzlich macht mein Spieler seine Rechtsbewegung. Wow. Okay, da muss ich aufpassen. Komm, lauf weiter. Nochmal rüber. Zu Calderon. Jawoll. Der nächste Pass. Straight in die Zone. Jetzt ist das Ding eigentlich so gut wie durch. Lewis. Den Musa-Shirt schon nehmen. Und macht ihn. Ich finde, die Animationen wirken früssiger, geschmeidiger, realistischer. Wieder zu Calderon. Und der macht ihn wieder. Ja, jetzt ist definitiv das Ding gegessen. 27 zu 16, 35 Sekunden noch. Also, ich vermute, man spielt bloß zwei Viertel. Nicht, dass ich mich da jetzt irre. Ja, Foul noch mal. Wir sagen, komm schon. Ja. Klare Geschichte. Zwei Freiwürfe für Arizona. Der erste Feld. Und wir kriegen noch mal eine Auszeit. Sechs Punkte, zwei Rebounds, vier Assists, null Steals. Mitspieler Note A. Auf jeden Fall okay. Gut, dass wir die beiden Dreier getroffen haben. Sonst wäre es Punktemäßigkeit ein bisschen mau gewesen. Aber so können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Daheim ist doch am besten. Ist eigentlich auch geil, dass man jetzt schon Trophäen bekommt. Max Bex spielt sehr effizient. Die Scouts werden aber wollen, dass wir... Das ist immer so schnell weg. Das Spiel in der NBA verändert sich gerade. Wenn man da Erfolg haben will, muss man werfen können. Und ich fürchte, Bress muss an seinem Wurf arbeiten. Das erste Mal, dass wir Max Bex richtig gesehen haben. Und er hat mich nicht umgehauen. Er muss seine Vielseitigkeit und Intelligenz effektiver einsetzen. Wie unfreundlich und hart die alle zu uns sind, ey. Du hoffst alle jetzt. Jetzt werden sie aber langsam frech, ne? Jetzt werden sie langsam frech. Das heißt, wir müssen im nächsten Spiel einmal richtig einen rausknüppeln. Ich war wie Krap letzte Nacht, Mann. Wenn ich das mache, gehen wir nach Hause. Wenn ich es nicht missen, 100 mehr. Hier geht's. Das war nur Nervs. Einmal Rund. Ich bin hier mit dir. Lass uns das weg. Lass uns nach Hause. Lass uns nach Hause. Hier geht's. Das ist, was ich spreche. Ja. So, jetzt würde als nächstes kommen. Im Rampenlicht. 12.01.2016. Du hast inzwischen ein paar Spiele absolviert. Aber dieses hier ist etwas Besonderes. Du spielst zum ersten Mal im landesweiten Fernsehen. Und das Rampenlicht war noch nie so hell. Heute musst du der Welt zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das Ganze gibt's allerdings erst in der nächsten Folge. Das war's wieder mit NBA 2K17. Der Auftakt. Schön, dass du wieder reingeschalten hast. Wenn's dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da. Und schalte das nächste Mal wieder rein. Bis dann, dein Max. Ciao.